Als ich Bürgermeister wurde, war unser New York eine kaputte Stadt. Erzählen Sie mir nichts, habe es sich geändert. Weißt du, wer ich bin? Schritt für Schritt habe ich sie wieder aufgebaut. Ist schon gut, komm wieder runter, ja? Erzählen Sie mir nichts, habe es sich geändert. Da ist unser Held. Bürgermeister? Sie, in meinen Augen. Ein Held. Danke sehr. Gehen Sie auf die Jagd. Sollten Sie versuchen. Sie wären ein Naturtalent. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen folgen kann. Sie müssen das Drennschwein finden, das meine Frau vögelt. Erledigt. Katie, du bist meine Augen. Wie sieht's aus? Oh, ist das gut. Ich hab ihn verlegt. Sie haben einen Umschlag mit Fotos. Ich hab dafür bezahlt. Ich dachte bei Ihrem Anruf nicht, dass es um so etwas ginge. Schon sehr bald verstehen Sie das große Ganze. Arrangieren Sie jetzt in Richtung Billy. Ich hab die Fotos geliefert und bin wieder gegangen. Hier geht es nicht um das, was Sie denken. Mein Nachgedacht, wieso ich Sie gewählt habe, weil Sie mir gehören. Er ist ein gefährlicher Mann, Billy. Er kennt nur Menschen, die andere umbringen. Sie werden zurücktreten. Das ist der Dealbürgermeister. Nehmen Sie ihn an. Von der Drenn Untertitelung des ZDF, 2020